Christian Ebenbrocken mit dem Handicap 15 Meter zurück, also wir warten auf den Start und den Kettverbeugt. Mal schauen, ob da noch was geht, aber vorne macht Mats von Diersson die Pace, Mats von Diersson vor Kamerunowski. Mats von Diersson erpasst wieder und da ist auch schon eine schöne, bequeme Lücke. Und jetzt kommt Christian Ebenbrocken. Boah, ne, was geht? Wirklich war es jetzt, Mats von Diersson hat das hier im Griff. Mats von Diersson kam hier von Diersson in den Liste. Vorne ist das Ding durch, Mats von Diersson. Jawohl, und da ist es dann auch dabei, also Mats von Diersson vor. Er ist der Diersch. Ab hier ist so viel über, so wird es mindset sein.